Hallo und herzlich willkommen bei Club Info TV. Mein Name ist Wedi und für euch bin ich vor Ort. Heute Abend befinde ich mich vorm Q, denn jeden Donnerstag findet hier die legendäre Ladies Night statt. Von 20 Uhr bis 21 Uhr können die Damen hier gratis trinken. Danach geht es dann weiter mit den 2 Euro Getränken für die Longdrinks. Heute Abend dürfen wir DJ Herb DeLong begrüßen, der die Turntables anheizt und die zwei heißesten Go-Go-Tänzer der ganzen Stadt, und zwar Kevin und Eric. Wir sind gespannt, wir freuen uns. Einen schönen Abend wünsche ich noch. So Mädels, wie geht es euch heute Abend? Gut. Was macht sie im Q heute? Lettigside genießen. Was kann man im Q heute machen? Oh, wir wollen eine Show angucken, dass wir Tränken und Spaß haben. Es ist ja gratis trinken von 20 bis 21 Uhr, was hält ihr davon, von dem Angebot? Das ist genial, die kochen jetzt super lecker und wir genießen das. Erik, hallo Erik. Hi. Super Show-Einlage heute. Was ist das, ein Gefühl für dich, so heiß zu sein und zu wissen, dass du jeden Donnerstag nach dem Q den Frauen in den Kopf verdrissen. Wuhu! Toll! Es geht weiter bei den heißen Mädels. Zwei stehen bereits neben mir. Was verschlägt euch heute Abend ins Q? Ja, einfach mal so nach einem anstrengenden Tag auf der Uni oder in der Arbeit ein bisschen abspannen. Und was trinkt ihr so gerne, wenn ihr weg geht? Bina Colada. Generell Cocktails oder meistens anti-alkoholisch wegen dem Autofahren. Wir wollten einfach mit einmal Freundinnen am Abend nach der Arbeit einfach mal her schauen und den Abend schon rausgehen lassen. Und habt ihr Spaß? Ja, auf jeden Fall Q. Immer gute Wahlen. Was trinkst du da gerade? Einen Long Island Ice Team. Trinkst du das sonst auch immer gerne? Ab und zu, ja. Wenn ein Mann dich jetzt anbraten würde und dich fragen würde, hey, darf ich dich auf ein Getränke einladen, was würdest du denn dazu sagen? Ich bin eigentlich, ich zahle meine Getränke meistens selber, aber warum nicht auf einen? Aber er soll schon gut ausschauen und so, oder? Jedenfalls. Ein Adonis. Was sagst du zu den Gokodänzern vorher, die gerade auch abgetreten sind? Ja, sind schon nicht schlecht, ja. Also haben einiges drauf, können auch gut tanzen, haben eine gute Show genehmigt. Könnte man zwei für einen nehmen, oder? Nehmen wir nicht. Wie ist das für dich? Du heilst die Mädels ganz schön ein ordentlich heute. Ja, ich mache das jede Woche. Also nebenher. Liegt das an dem Sound oder an deinem Aussehen? Ich glaube eher an den Tänzern. Wie oft legst du auf im Q? Einmal in der Woche, jeden Donnerstag im Prinzip. Und wo legst du Sound auf? Wir legen viel in Salzburg auf, in München ab und so. Noch ein Abschlusswort? Ja, kommt zu allen her, wenn ihr noch nicht da wart. Jetzt fängt die Party erst an, es ist erst 10, das heißt, wir sind noch bis 4 Uhr hier. Es wird immer ärger. Jawoll! Ich nehme die zwei nächsten hübschen Tanten auf der Tanzfläche. Hallo, was macht ihr heute Abend im Q? Wir feiern, dass unsere Freunde nicht da sind. Juhu! Was sind eure Lieblingscocktees oder habt ihr ein spezielles Lieblingsgetränk? Long Island! Seid ihr das erste Mal da? Ich schon, ja. Nein! Kommst du gern her? Ja! Gefällt es dir bei uns? Ja, ist super! So meine lieben Freunde, für heute ist leider wieder Schluss. Es ist wirklich schon so spät und irgendjemand hat an der Uhr gedreht. Tut mir sehr leid, wir sehen uns nächste Woche Donnerstag wieder. Im Q und am 15. November ist die Veranstaltung Supreme. Wir freuen uns, wir sind gespannt, eine gute Nacht wünsche ich euch und bis zum nächsten Mal.